Ich hatte ja letztes Mal gesagt, dieses Fritz Deck-Telefon, nette Geschichte. Und da gibt es auch Deck-Steckdosen dazu. Ich bin gespannt jetzt. Da haben sie mir auch ein 3er-Set zugeschickt. Das sind diese Fritz Deck 200. Das ist so ein Steckste zwischen deiner Steckdose und das Gerät, was du gerne irgendwie schalten möchtest. Und das Schalten, muss ich sagen, finde ich jetzt gar nicht so wahnsinnig interessant, weil das so ein bisschen zäh ist und weil das in dem Webinterface nicht immer funktioniert. Es gibt so eine iPhone-App, die ist noch auf iOS 6 stand. Die wird bald geupdatet, hat mir der Autor geschrieben. Aber im Moment ist da auch noch so ein bisschen Gemurkse. Sie hat Tasten drauf zum manuell schalten. Das haben zum Beispiel manche Funksteckdosen, einfache Funksteckdosen auch nicht. Aber du kannst hier direkt draufdrücken und kannst sie auch schalten. Du hast sehr viele Möglichkeiten, so zu bestimmen mit Zeitschaltungen und mit, wenn der Strom weg war und der kommt wieder, soll das Ding eher angehen oder ausgehen oder soll es das machen, was es vorher gemacht hat. Und all diese Dinge. Das kann die auch per Telefon schalten, stimmt. Du kannst sie auch mit deinem Telefon schalten, du kannst sie mit der UI von dem Deck-Telefon schalten und du kannst sie über das Webinterface und wenn du mit dem MyFritz Fernbedienungs-Dings pumpst, kannst du sie auch von woanders schalten. Ist auch klar. Was ich aber viel, 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 viel interessanter finde als dieses Geschalte bei dieser Steckdose, ist das Gemesse. Die kann nämlich, also zum einen kann sie Temperatur messen. Willst du mal raten, welches davon das Studio ist? 24, 26, 23? Ja, ich weiß es. Ich kann das direkt an meinem Schweißthermometer ablesen. Aber wir schauen mal in die andere Steckdose rein. Da hast du jeweils hier den letzter Zustand, da kannst du festlegen, wie viel dein Strom kostet und wie viel CO2 dein Strom macht. Kannst du festlegen, wie viel soll sie schalten nach Zeitschaltung, kannst du sagen, wochentäglich, täglich, zufällig, counten, zufällig ist auch gut, oder? Astronomisch ist gut. Zufällig finde ich super. Das macht voll Sinn. Ja, für so Lampen im Ferienhaus und so. Dann hast du hier Countdown. Ich habe gar nicht geschaut, was das alles macht. Astronomisch, Ari, interessiert mich. Ich stand auf der Leitung. Nach jedem manuellen Anschalten bleibt der Aktor für die festgelegte Dauer an. Nach Ablaufender Zeitspanne wird der Aktor automatisch wieder ausgeschaltet. Und astronomisch kannst du nach Sonnenaufgang, Untergang einstellen. Das ist ja voll klug. Nach Kalender, nach einmalig. Astrologisch steckt uns das. Das wäre gut. Je nach Sternzeichen wird irgendwie anderer Käse geblieben. Oh, wir haben jetzt irgendwie, was gibt es da? Widder. Und was auch interessant ist, wenn bei Standby, du kannst auch sagen, wenn der Standby unterschritten wird, dann mach aus. Das heißt, wenn du ein Gerät hast, was irgendwie im Standby 5 Watt zieht, dann kannst du sagen, wenn das Ding 5 Watt erreicht, mach es ganz aus. Und dann sparst du da auch den Strom. Und du hast in dem Ding, und das ist eigentlich das Interessanteste, finde ich, die Energieanzeige im Zeitverlauf. Das heißt, du kannst hier sagen, aktuelle Leistung. Diese Steckdose zieht gerade, willst du mal raten, was das hier ist, hat eben noch 80 Watt gezogen und jetzt ist es runter auf 3. Das sieht aus wie ein Fernseher. Das ist natürlich ein Kühlschrank. Ah! Ich habe das mal an den Kühlschrank gehängt und der zählt auch nicht nur jetzt aktuell mit, sondern zählt auch im Zeitverlauf mit. Das heißt, du hast hier die Anzeige für 24 Stunden, für eine Woche und einen Monat. Da war er mal länger auf der Kühlschrank um 14 Uhr. Da hängt auch noch... Spätes Mittagessen, Herr. Nee, nee, da hängt... Zu viele Augustine rausgenommen. Die Kaffeemaschine mit dran. Oh, ja. Da gab es einen Kaffee. Und da kannst du hier jeweils sehen, wie das auch im Wochenverlauf möglicherweise so vierteltagesweise sich bewegt. Und ich finde das tatsächlich höchst interessant, weil mir das zum Beispiel jetzt auch hochrechnet. Das Ding wird einen Jahresverbrauch von 380 Kilowattstunden haben. Dann schaue ich mal in das Handbuch von dem Kühlschrank. Da steht drin, der sollte nur irgendwie 250 im Jahr verbrauchen. Dann denkt man sich, irgendwas ist faul. Das ist schon mal eine Erkenntnis aus dem Ding. Nee, die Kaffeemaschine zählt. Da habe ich auch gesehen, zählt, verbraucht relativ wenig. Das ist es also nicht. Dann können wir uns mal hier sowas anschauen wie das Rack, wo die ganze Technik hier drin steht. Das ist ein bisschen viel Geklicke hier zur Energieanzeige. Und jetzt siehst du halt aktuell, die Spannung wird auch gemessen. Da haben wir ja 230 Volt und das Rack zieht jetzt 300 Watt. Mach ich mal das Licht aus. Jetzt müsste das in einem kleinen Moment hier direkt angezeigt werden. Die Tornado fährt runter. Ja. Da müsste eigentlich gleich so ein Knick reinkommen. Und dann sieht man, dass das jetzt ein bisschen weniger ist. Kannst du auch wieder nach 10 Minuten oder nach einer Stunde den aktuellen Verbrauch sehen. Und hier sehen wir es jetzt. Jetzt kommt jetzt wieder der Tick rein. Und du kannst jetzt sehen, die Lampe ist aus. Die hat jetzt hier eben diese Leistung jetzt weniger. Dann mach ich sie wieder an und dann geht es wieder los. So. Und auch hier kannst du sehen, Gesamtverbrauch kannst du sehen. Ich hatte jetzt hier die letzten paar Tage am Mittwoch eine Aufnahme mit Audio-Only. Donnerstag eine Aufnahme, Audio-Only. Sonntagabend. Das ist schon sehr gut. Kostet mich direkt mal zwei Kilowattstunden. Krass. Und auch hier wird hochgerechnet. Sonst nie, sonst nie am Platz. Sehr gut. Nichts ist weg. Das brauche ich nur fürs Audio und Video. Schon klar, schon klar. Und dann siehst du hier den Stromverbrauch. Und du siehst auch, wenn ich hier in die 24 Stunden reingehe, siehst du auch, wie ich das Studio langsam hochgefahren habe. Erst nur das Rack, dann die PCs dazu, dann das Licht dazu. Hast du hier die Übersicht. Und das ist schon ganz gut auch zu sehen. Und der rechnet jetzt hoch, das Rack, wenn das so weitergeht, kostet mich 35 Euro dieses Jahr. Schauen wir uns noch den dritten an. Der ist auch interessant. Der steckt nämlich dort, wo das Internet aus der Wand kommt. Und da kannst du jetzt nachschauen. Ich habe nämlich mal geguckt, was steckt denn da eigentlich an dieser Steckdose, die dort Fritzboxen, Drucker, ein Switch und so Zeug benutzt. Schauen wir mal eine Woche an. Dann habe ich gesehen, das war hier am Mittwoch, da habe ich gesehen, das ist gar nicht so wenig. Das ist hochgerechnet relativ viel. Und dann habe ich mal Zeug abgesteckt, was ich nicht unbedingt brauche. Und siehe da, habe ich nur noch die Hälfte von dem Verbrauch bei dem Ding. Oh, das ist ja ordentlich. Ja, und wenn ich jetzt halt sehe, zum Beispiel mein Drucker, der frisst im Standby wie blöde Strom. Das habe ich jetzt festgestellt. Das hätte ich auch mit einer ganz einfachen, wenn wir uns mal 5 Euro Steckdose feststellen können. Aber das im Zeitverlauf zu sehen, ist dann ein bisschen nerviger. Definitiv, ja. Und das ist so ein bisschen der Haken an diesen Fritz-Steckdosen, die relativ teuer. Die kosten so 40, 50 Euro das Stück. Was zu viel ist, um jetzt das ganze Haus mit Funksteckdosen auszustatten. Ja. Aber was voll okay ist, um mal nachzumessen, wo du deinen Strom verlierst. Ja, das sehe ich ein. Ich habe da eine Sache gesehen, die mich jetzt interessieren würde. Das misst die Temperatur. Ja. Kann ich temperaturabhängig schalten? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist schon eine Funktion für, haben die auch irgendwas mit Heizung oder sowas? Du kannst auf jeden Fall ein Temperatur-Offset eingeben. Wenn du weißt, dass deine Steckdose weit weg ist vom Heizkörper oder sowas, dann kannst du ein Offset eingeben für das, was du eigentlich gemessen hättest. Okay. Oder wenn du nachmisst und merkst, dass die Steckdose immer 2 Grad kühler ist, dann kannst du sagen, zeig mir mal 2 Grad mehr an. Okay. Ja, das geht schon. Und ich finde, diesen Stromverbrauch über die Zeit zu sehen, finde ich sehr hübsch. Das gibt es sicher auch als einzelnes Gerät. Aber das ist halt in der Kombination mit der Fritzbox ganz hübsch. Und du kannst halt auch so ein paar advancedere Geschichten machen, wenn du dich auf die Fritzbox einloggst und dann eben entweder Remote schaltest oder halt so eine Zufallsschaltung hast oder solche Sachen. Also ich fand das sehr hilfreich und ich glaube, diese 50 Euro in Strom sparen, was ich da wahrscheinlich auch erzielen kann, wenn ich mir nur anschaue, wo geht der Strom. Ich habe mir jetzt nur die Sachen angeschaut, die so 24-7 an sind. Also Kühlschrank, Fritzbox und Modem und solche Sachen. Und ansonsten habe ich eigentlich überall, bis auf Herd und Lampen und solche Sachen, habe ich überall Steckdosen dran, die ich ausknipsen kann. Also da verliere ich wahrscheinlich nicht so viel Strom, aber irgendwo verliere ich Strom, weil die Rechnung ganz enorm ist. Ich sehe gerade, man kann tatsächlich temperaturabhängig schalten. Geht auch. Das ist ja super. Hast du das unter automatisch schalten? Das ist eine gute Frage. Man muss da irgendwie eine Gruppe anlegen. Achso, Gruppe habe ich nicht, aber das kann natürlich sein, ja. Du konntest die auch irgendwie gruppieren und dann gemeinsam schalten. Stromgerät in der Gruppe anlegen und dann kannst du da, bla, die schalten, je nach Temperatur. Das ist richtig, das ist für meinen, das löst vielleicht meinen Raspberry Pi-Selberbauproblem. Ich muss mir da mal, das muss ich mir mal durch die Kopf gelassen. Ja, also ich fand das auf jeden Fall recht interessant. Ich dachte, das Schalten wäre die Hauptfunktion, aber tatsächlich für mich ist jetzt die Hauptfunktion das Strom messen und sehen, was der Verbrauch ist und da vielleicht auch tatsächlich was dagegen zu tun. Und jetzt kann ich vielleicht auch sagen, hier, der Kühlschrank, der muss defekt sein. Er frisst unglaublich viel Strom. Der ist nicht spezifiziert für 380 Kilowattstunden im Jahr, sondern der ist, weiß nicht, auf 270 oder so. Was sollte der nur nehmen? Das ist jetzt fast zu einer Rechtfertigung, sich so einen amerikanischen zu kaufen. Ja. Mit Eiswürfelspender. Da habe ich nach Kühlschränken geschaut, habe direkt so einen Betrüger erwischt, wie Alex den neulich beschrieben hat bei Amazon. Das war so ein Betrüger, steht im Amazon-Listing drin, hier so halber Preis für einen Kühlschrank. Ja, so Monster, Siemens, Top of the Line, Kühlschrank 400 Euro. Habe ich mir gedacht, hmm, komisch. Steht dabei, bitte schreiben Sie an lalala at gmail.com, wenn Sie das kaufen möchten. Bevor Sie kaufen. Ja, bevor Sie kaufen. Und dann kommt so eine, hier, ich zocke dein Geld auf PayPal oder so ab. Ja, meistens halt über Amazon. Oder Amazon Payments, ja. Aber halt, wenn du da selbst Geld überweist, ist es halt wie eine Überweisung, kommt es halt einfach nicht zurück. Dann gibt es halt diese Garantien nicht, die Amazon ansonsten gibt bei Geld. Ja, und dann kommt halt eine Mail von Amazon, wo drin steht, bitte überweise Geld. Dann machst du das und dann ist es weg. Dann ist eine normale Überweisung halt keine Amazon-Garantie-Payment-Sicherheit-Zeug gedürnt. Und dann hast du gar keinen Kühlschrank und zahlst lieber weiter den teuren Strom. Ja. Und ja, aber insgesamt dieses Fritzke-Zeug ist alles recht nett. Da gibt es noch mehr in die Richtung. Es gibt auch so, ich glaube, einen Deck-Repeater, der aussieht wie eine Steckdose und wie eine Steckdose funktioniert auch zusätzlich. Und solche Hybrid-Geräte gibt es auch noch in der Reihe. Aber sehr nett und ich fand das schon mal sehr hilfreich. Gut. Gut.